Das Dresdner Kabarett Herkules Keule ist Tatort eines besonderen Rededuells gewesen. Vor einem ausverkauften Haus hatte die Landeszentrale für politische Bildung zu einem Wettbewerb geladen, Politiker gegen Kabarettisten. Das Motto des Abends, wir reden uns um Kopf und Kragen. Während das Publikum noch auf den Auftritt der Gladiatoren in der Arena wartete, blickten die, einerseits respektvoll, andererseits vollmundig, auf den anstehenden Wettstreit. Das wird ein harter Kampf. Also kein Politiker lässt sich einfach so die Butter vom Brot nehmen. Und davon abgesehen, das sind ja alles versierte Leute. Das sind alles Leute mit viel Erfahrung auf der politischen Bühne und die ist, glaube ich, manchmal nicht so sehr verschieden von der kabarettistischen Bühne. Natürlich habe ich den Anspruch, besser zu sein als alle anderen. Das würde ich mich auf den Wettbewerb ja nicht einlassen. Ich möchte auch besser sein als die Kabarettisten. Was angesichts der Konkurrenz nicht leicht war. Wolfgang Schaller von der Herkules Keule gehörte persönlich zur Phalanx der Kabarettisten. Der Direktor der Landeszentrale, Frank Richter, erläuterte zunächst die Spielregeln. 15 Minuten Redezeit für jeden. Dabei außerdem die Staatsminister AD, Eva-Maria Stange und Heinz Eggert und Peter Ensicat. Ein Wettbewerb, der ein klein wenig an die antike Kunst der Beretsamkeit anknüpfen wollte. Im alten Rom war die freie Rede eine der wichtigsten Eigenschaften. Der Retor war derjenige, der den Krieg ausrufen konnte und er war derjenige, der Frieden machen konnte. Manchmal mangelt es also heute, vielleicht Ihre Einschätzung kenne ich nicht, aber meine an der Fähigkeit zur freien Rede und Widerrede. Und wir sind dankbar, dass wir drei Kabarettisten und drei Politiker gewinnen konnten, die heute Abend zur Verfügung stehen in einer Art Duell. Aber alles soll wohlwollend kritisch dann auch begutachtet werden. Die Reihenfolge war ausgelost. Vorhang auf für einige Kostproben. Ausschnitte aus den Reden, die beim Publikum nicht ohne Resonanz blieben. Was bleibt übrig von den Großen, wenn sie auf die Nachwelt stoßen? Mit dem Tod sind meist gestorben, die ein hohes Amt erworben. Tote Kaiser sind als Schmarren. Man erinnert sich der Narren. Heine blieb als Dichterleben. Kohl wird es als Roulade geben. Brecht hat mal gesagt, wenn man mit Wahlen etwas verändern könnte, wären sie längst verboten. Ich werde den Eindruck nicht los, dass wir mit jeder neuen Wahl allenfalls die eine Fehlbesetzung auf der Regierungsbank durch eine andere, oft noch schlimmere ersetzen. Man konnte uns auch in der DDR mit einigem Recht vorwerfen, mit unseren verharmlosenden Späßen dazu beizutragen, dass die DDR-Regierung nicht schon viel früher vom Zorn ihrer Bürger hinweggefegt wurde. Dass wir damals zensiert und hier und da sogar verboten wurden, gab uns ein trügerisches Gefühl von Wichtigkeit. Wer in der Diktatur abgehört wurde, kann sich nur schwer damit abfinden, wenn ihm nicht mehr zugehört wird. Und Herr Tillich, so habe ich heute lesen müssen, denn ich habe ihn ja erst vorgestern noch gesehen in Vietnam, hat heute in China gesagt, dass er China und den Kommunismus toll findet. So in groben Zügen zusammengefasst. Da hat der Rat des Kreises wieder geblitzt. Der Mann ist sich seit über 20 Jahren treu. Darauf könnte die Sachsen ja mal stolz sein. Das ist doch toll. Ich weiß nicht, wer das Gleichnis kennt, aber es gibt im tschechischen oder polnischen so ein Gleichnis, dass dann der tapfere Ritter in die Höhle gegangen war und den Drachen erschlug und die Prinzessin heiratet. Und nach ein paar Jahren fing er sich an zu fragen, ob er in der Hitze des Gefechts nicht die Prinzessin erwischt und den Drachen geheiratet hatte. Wir erleben, wie plötzlich Hunderte von Milliarden für Banken zur Verfügung standen, während Sozialeinrichtungen und Kindertagesstätten wegen Geldmangel geschlossen wurden. Wir erlebten die großen Wahlversprechen, Steuersenkungen, mehr Netto vom Brutto, Einfachere Steuersystem, dieses ganze organisierte Versprechen. Nein, wichtig ist Caporet nicht. Ungeheuer wichtig, du sagtest es schon, fühlten wir uns damals, als ein Caporet-Abend noch so einen subversiven Hauch hatte. Ich könnte freilich, um zum Thema zu kommen, die Frage stellen, ob Politiker wichtig sind. Belgien hat bekanntlich seit 280 Tagen keine Regierung mehr. Und es könnte sein, dass das ein Belgier, der sich nicht sonderlich für Politik interessiert, überhaupt nicht aufgefahren ist. Ich merke schon, es wird sehr ruhig im Raum hier, aber Sie müssen einfach damit vorlieb nehmen, ich bin Mathe-Physik-Lehrerin. Ich bin weder Caporetist und ich habe heute Abend lange vorher überlegt, ich sage, lässt du dich auf diesen Witz ein? Machst du Antje Hermenau nach? Und habe mich dann entschieden, ich bleibe einfach bei dem nüchternen Mathe-Physik-Lehrer. Bei der nüchternen Mathe-Physik-Lehrerin. Ich beneide die Kabarettisten sehr oft und ich bedanke mich auch dafür als Politikerin. Aber ich beneide sie vor allen Dingen deshalb, weil sie hier Kritik ungeschminkt, drastisch, deutlich, klare Worte, nicht wie am Stammtisch, sondern hochintellektuell sagen können, aber keine Lösungen bringen müssen. Wir haben ja gestandene, ganz besondere Persönlichkeiten hier im Raum und Politiker sind auch da. Ich hoffe, dass irgendwann der Satz, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, aber zum Nörgeln hat es gerade noch gereicht, dass dieser Satz irgendwann keine Bedeutung mehr hat. Dankeschön. Also, ich werde jetzt methodisch und wissenschaftlich nachweisen, dass Kabarettisten, und da wir zwei Damen aus der Politik hier haben, muss ich politisch korrekt sein, und Kabarettistinnen, übrigens politisch korrekt bedeutet immer, es dauert länger und es sagt nicht viel mehr Neues aus, werde ich also jetzt nachweisen, dass Kabarettisten und Kabarettistinnen geradezu zwangshaft in diese Beschäftigung hineingepresst worden sind, denn Beruf kann man bei fehlender Berufung ja nicht sagen, weil es, und jetzt kommt es, bei Ihnen weder zum Schauspieler noch zum Sänger gereicht hat. Und da Ihr Publikum diese Gaben von Ihnen auch nicht erwartet, Kabarettistieren Sie sich so durchs Leben und leben da teilweise auch nicht schlecht dafür. Zum besonderen Schaum des ungewöhnlichen Abends gehörte die Bewertung der Duellanten. Nach dem Schlagabtausch wurde die Pause noch kurz Gelegenheit, sich auf die anschließende Kritik einzustellen. Kritik kann ich mich immer stellen, und wer lange in der Politik war, der weiß auch, dass es nichts Außergewöhnliches ist. Es werden ja wohl keine Zensuren verteilt, denke ich. Und man muss sich auch nicht zu Hause unterschreiben lassen, dann ist das schon ganz okay. Also ich muss sagen, ich bin jetzt erstmal ein bisschen erleichtert, weil die erste schwierigste Situation ist überstanden, aber ein bisschen komme ich mir schon vor wie in der Prüfung. Und ich bin auch gespannt, nach welchen Kriterien bewertet wird, aber ich sehe das jetzt auch locker. Fair, sachlich, richtig und witzig, das waren die Kriterien. Zunächst nahm Kommunikationswissenschaftler Professor Wolfgang Donsbach eine Einschätzung der Auftritte vor. Ich habe gesagt, deutsche Professoren sind nicht lustig, die hier oben gekämpft haben, so bravourös, die unterscheiden sich davon. Die Kabarettisten, die müssen lustig sein, das ist ihr Beruf. Die Politiker, die sind es manchmal unfreiwillig. Heute waren sie es freiwillig, aber oftmals in der politischen Wirklichkeit, da sind sie es unfreiwillig. Ich finde es erstmal toll, dass sich Politiker auf sowas einlassen und ich glaube, es gibt nicht viele und die drei, die das jetzt hier gemacht haben, à la Bonheur, das ist ganz toll, sich hier in diesen Wettkampf zu begeben und mit Leuten, die sie sonst immer durch den Kakao ziehen oder auch noch schärfer angreifen, hier zu messen, das finde ich ganz toll. Das ist ein Teil der politischen Kultur. Der Publizist Heiko Sill aus Potsdam wagte sich mit seiner Kritik ins Konkrete. Aber auch dabei stand die unterhaltsame, natürlich völlig ungerechte Zuspitzung im Vordergrund. Es begann mit Peter Enzighardt, der sagte gleich, also das betrifft ja hier nicht die anwesenden Politiker, aber sagen Sie es vielleicht mal den anderen weiter, die ich meine. Antje Hermenau kam rein und sagte, jetzt nehme ich sie beide gleich mal hier in die Sippenhaft, was sie hier verbrochen haben. Wolfgang Schaller schimpfte zuerst mal auf die eigene Branche, wie die Comedians runtergekommen sind, also machte sich auch eher kleiner. Die Frau Dr. Stange begann, kaum war sie hier oben, gleich mit dem Vorwurf, die anderen, die haben ja gar nicht freigeredet, so wie es verabredet war. Der Herr Berge schleimte sich sofort ein, indem er eine Aufnahme aus den frühen Jahren der Herkuleskeule mitgebracht hat. Ja, und über Heinz Eggert müssen wir ja nicht reden. Ein eindeutiger Sieger wurde an diesem Abend in der Herkuleskeule nicht gekürt. Olympisch hatte gewonnen, wer dabei war und insbesondere das Publikum. Ein besonderes Lob aus der Jury gab es dann aber doch noch. Der Heinz Eggert hat da nochmal eine Mischung an Infotainment reingebracht, die die Politiker wieder auf gleiche Höhe mit den Kabarettisten gebracht haben. Ansonsten hätte ich gesagt, Punkt sich für die Kabarettisten, aber durch Eggert war es ausgeglichen. Womit klar wurde, dass die öffentliche Kritik an Heinz Eggert ausschließlich kabarettistisch gemeint war. Dass bei einer Veranstaltung zur politischen Bildung auch das Publikum zu Wort kommt, versteht sich. Ich wollte einfach fragen, ob überhaupt jemand von der FDP eingeladen wurde. Ist das Absicht? Das ist Zufall. Absoluter Zufall, oder? Ich finde es einfach gemein von Ihnen, dass ich Ihnen weder widersprechen konnte, noch widersprechen wollte. Das einfach rufen kann. Und das habe ich genossen. Eine nicht unwichtige Frage am Ende des Abends war natürlich auch, wie fühlen sich die Gladiatoren nach der Arena? Wie Politiker nach der Urne? Nein. Ich habe den anderen zum Beispiel sehr gerne kurzweilig zugehört. Und, also es war nicht umsonst. Außerdem finde ich das mal ausgesprochen interessant, mal von Kabarettisten zu hören, wie sie, eigentlich weiß ich schon, aber wenn sie verdichtet darüber reden, was sie von Politikern halten und was sich eigentlich ändern müsste. Und auf der anderen Seite hören sie ja selber mal zu, wenn man ihnen sagt, das und das läuft gut oder das und das ist überdenkenswert. Erstmal war das ja heute ein Abend, wo Politiker und Kabarettisten sich begegneten. Und das geschieht ja sehr selten. Politiker haben sich in der DDR bei uns nicht sehen lassen. Und das ist auch heute so, dass sie nicht ins Kabarett kommen. Und deswegen war ich mir vorneweg gar nicht im Klaren, was wird das für ein Abend werden. Aber ich denke, er war mit den verschiedenen Meinungen, die aufeinanderprallten, sehr unterhaltsam. Ich hätte das manchmal noch kontroverser gewünscht, wenn Politik und Kabarett aufeinanderprallen. Aber ich glaube, das Publikum geht sehr angeregt hier heute nach Hause. Die Landeszentrale hat bewiesen, politische Bildung kann sehr unterhaltsam sein. Und der Abend hat darüber hinaus eines gezeigt. Dass freie Rede und offene Rede und direkte Rede und Gegenrede und angstfreie Rede und die Vermeidung von politischer Korrektnis, sondern sozusagen die Offenheit direkt auf den anderen einzugehen, unverzichtbare Elemente des Demokratischen in unserem Land sind. Und es gibt viel zu wenige Orte im ganzen Land, vielleicht auch manchmal im Parlament, in viel zu wenig Situationen, in denen das richtig intensiv geübt wird. Also ich glaube, dass es einen Bildungswert hat. Also die Art und Weise, die über die Themen gesprochen worden ist, ist ja auch eine politische Auseinandersetzung. Und diese Form der politischen Auseinandersetzung, dass man das einmal in Rede und Gegenrede macht, dass man es über unterschiedliche Rollen oder über unterschiedliche Persönlichkeiten vermittelt, das hat schon einen Mehrwert. Und insofern würde ich sagen, das sollte man wiederholen. Vielen Dank.